Herzlich Willkommen zum DLR Webcast. Wir wollten auf einem Fachgebiet der Luftfahrtechnik besser sein als die anderen. Aber wir wollten ein Flugzeug haben, das sich dadurch auszeichnet, besonders gute Flugeigenschaften zu haben und Flugleistung. Das heißt, die Basis dieses Flugzeugs, mit dem wir nachher elektronisch Manipulation durchführen wollten, die musste sicher sein. Und da war die VfW 614 mit hervorragenden Flugeigenschaften und auch ansprechender Leistung genau das Richtige. Wir haben angefangen mit der Modifikation von 1982 bis 1985. Dann wurde das Fluggerät nach Braunschweig geflogen und wir begannen dann mit der Integration des Fly-by-Wire-Systems. ATTAS ist ja umgerüstet als Flugversuchsträger und zwar als fliegender Simulator. Das heißt, die eigentliche standardmäßige mechanische Steuerung, die ist ergänzt worden durch eine elektrische, elektrohydraulische Fly-by-Wire-Steuerung, die in die mechanische Steuerung eingreift. Und mit dieser Fly-by-Wire-Steuerung können wir das Flugzeug vom Rechner aus fliegen. Das heißt, das Rechnersystem, was hier hinten in der Kabine ist. Weitere Modifikationen sind natürlich die Messanlage. Wir haben hier einige hundert Sensoren an Bord, die dann aufgezeichnet werden. Äußerlich sichtbar ist der lange Nasenmast, der einen Sensor trägt, der die Strömung misst. Man kann die Strömungsrichtung an dem dicken Rumpf nirgendwo messen, weil ja die Strömung um den Rumpf drumherum schon abgelenkt wird. Das muss man also so weit wie möglich vor dem Flugzeug messen. Und in der Steuerung ist eine große Änderung noch die sogenannten Direct Lift Control Flaps. Das sind also die Hinterteile der Landeklappen. Die Landeklappe ist modifiziert. Normalerweise ist die in einem Stück. Und wir haben da noch ein zusätzliches Gelenk eingebaut, ein Scharnier eingebaut. Und können die hinteren Klappen, die an der Landeklappe dran sind, schnell auf- und abwärts bewegen. Das ermöglicht uns einen zusätzlichen Freiheitsgrad in der Längsbewegung. Ja, gute Frage. Die Antwort liegt natürlich schon im Begriff. Denn man kann dem Flugzeug unterschiedliche Flugeigenschaften aufprägen. Es gibt eine Menge Rechner in dem Spiel, Aktumatoren und Leute, die sich dann um die Modelle kümmern. Die Modelle, die ein Flugverhalten vorgeben, was man über eine bestimmte Technologie, die nennen wir Modellfolgeregelung, auf den realen Flieger übertragen kann. Der Pilot hat dann unter Umständen den Eindruck, er würde nicht so eine VfW 614 fliegen, sondern ein Nurflügelflugzeug oder einen dicken Airbus oder irgendeine andere Konfiguration, die natürlich völlig andere Flugeigenschaften hat. Man bewegt sich da natürlich nicht in einem weiten Spektrum, natürlich nur in dem Rahmen, wie ATAS auch in der Lage ist, so ein Flugverhalten überhaupt abzubilden. Man geht natürlich nicht von vornherein in den Flieger und hat alle Programme fertig. Die werden entwickelt, die werden überprüft, die werden auch von Piloten bewertet. Und das geschieht hier in einem Umfeld wie diesem hier, in einem Simulator. Hier betreiben wir annähernd die gleiche Hartware, die wir auch im Flieger betreiben, annähernd dann auch die gleiche Software. Und wir haben dann die Möglichkeit, wenn wir hier mit den Arbeiten fertig sind, wenn hier alles umfangreich überprüft wurde, umfangreich getestet wurde und auch abgenommen wurde von den Piloten, mit einem Programm in die Rechner vom ATAS zu gehen, die identischer Natur sind. Ja, die Systeme, die wir im Laufe der Flugversuche mit dem ATAS entwickelt haben, sind zum einen natürlich, dass wir einen Autopiloten hatten, der es eben ermöglicht, den ATAS so zu fliegen, wie ein moderner Airbus eben zu fliegen ist. Weiterhin wurde im Rahmen unserer Flugversuche unser Flight Management System immer weiter entwickelt, wo wir Anflugverfahren eben entwickelt haben, wie Steilanflüge, wo das Flugzeug lange oben bleibt, bis es dann zum finalen Flughafen eben reinfliegt. Oder eben, wo es lange eben wirklich spritoptimal im Idle Descent, sogenannte CDAs, wie wir das genannt haben, Curved Approaches, sind alles Anflugverfahren, die in der Zukunft mal in modernen Flugzeugen eben zu finden sind. Weiterhin haben wir mit unserem Datenlink es eben auch ein System entwickelt, das es uns erlaubt, wie ich sage, in 20 Jahren kooperativ Flugzeuge am Boden geführt werden. Und über Datenlink werden dann die Anforderungen, was Flugprofil lateral und vertikal angeht, nach oben gesendet. Wir haben angefangen schon mit Forschungen zum Laminarflügel und später auch zu laminaren Triebwerksverkleidungen. Da versucht man also die Strömung widerstandsärmer zu machen und damit Treibstoff zu sparen. Wir haben eine große Versuchsreihe gemacht, die nannte sich Wasslahel. Da ging es um die Führung unbemannte Flugzeuge im zivilen Luftraum. Das Spannendste war sicherlich die Erprobung des Experimentalsystems für Landungen mit dem Versuchssystem. Das ursprüngliche Versuchssystem war nur zugelassen für den Betrieb bis 150 Meter über dem Erdboden, wurde Ende der 90er Jahre modifiziert, sodass wir Zulassungsversuche durchführen mussten, dass Landungen mit dem Experimentalsystem auch sicher durchgeführt werden können. Und weil diese Angelegenheit sehr dicht am Erdboden stattfindet, ist das natürlich das Spannendste, weil man sehr wenig Spielraum hat, um irgendwelche Fehler zu korrigieren. Spannend waren die, wo wirklich eine Fliegeninsimulation durchgeführt wurde. Wir haben derartige Flüge gemacht, zum Beispiel für eine Nurflügelkonfiguration. Das bedeutet, die Piloten hatten hier im Cockpit dann den Eindruck, sie würden einen völlig anderen Flieger bewegen, sehr viel Spaß gemacht hat. Ein Flugversuch, bei dem wir Parabelflüge durchgeführt haben, in deren Rahmen wir die Beschleunigung auf der Marsüberfläche simulieren wollten. Zum einen sind das die Nachwuchswissenschaftler im DLR. Wir haben also diverse Versuche gemacht mit jungen Wissenschaftlern, beispielsweise aus den Instituten für Flugsystemtechnik, die Regler erprobt haben. Ich glaube, dass hier im Atta sicherlich bestimmt 10, 20 Doktorarbeiten entstanden sind. Außerdem wurde das Flugzeug eingesetzt zur Schulung von Flugversuchsingenieuren der Testpilotenschule in England, die jährlich einmal bei uns zu Gast waren. Selbstverständlich sind alle traurig, die längere Zeit mit dem Flugzeug arbeiten durften, insbesondere weil es sich um ein einzigartiges Gerät handelt oder handelte. Und noch mehr sicherlich diejenigen, die an der Entwicklung mitgearbeitet haben, sodass man am Ende ja so doch ein wenig Heimweh nach dem Flugzeug verspüren wird, wenn es dann einmal nicht mehr da sein sollte. Natürlich. Also der Abschied, der fällt schon sehr schwer, zumal das Flugzeug ja doch sehr einmalig ist. Es ist ein wirklich tolles Versuchsgerät. Ein solches Projekt immer im Rahmen von begrenzten Mitteln zu erstellen, steht und fällt mit der Motivation der Mitarbeiter. Das ist mir schwer gefallen, mich von diesen Mitarbeitern zu trennen, die nicht nur in unserem Institut waren, die in der Flugabteilung waren, die im Institut für Flugführung waren. Das waren die drei tragenden Elemente hier im Braunschweig. Die haben wirklich Leistung gezeigt. Das war der DLR Webcast. Untertitelung des ZDF für funk, 2017